Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCat 7. Hallo liebe KiCat-Freunde, hier ein kurzes Infovideo. Der Nutzer Jarne hatte mir Mail geschrieben, dass er 16 Fehler vom Spice-Modell in seinem Schaltplan hat. Ich habe das mal hier nachvollzogen. Das scheint hier im Zusammenhang mit dem Update auf die 7.0.2-Version zu stehen und wenn ich hier in meinem Schaltplan, den ich ja mit euch hier im Tutorial erstellt habe, mal den ERC-Check starte, ich habe ihn hier schon mal laufen lassen, ich lasse ihn noch mal laufen, dann seht ihr hier diesen Error-Fehler beim Lesen des Simulationsmodells von Symbol Q1 und das taucht dann hier eine ganze Menge mal auf. Wie können wir diesen Fehler lösen? Das hängt damit zusammen, dass KiCat ja auch ein Spice-Simulationsprogramm mit dabei hat und hier sind im Prinzip die Symbole noch nicht mit einem Spice-Modell hinterlegt und deswegen bringt er das hier zu einer Fehlermeldung. Wer von euch nicht mit diesem Spice-Simulationsmodell arbeitet, der kann jetzt folgendes tun, einfach hier mal einen Rechtsklick drauf machen, dann die Schweregrade für Verstöße bearbeiten, dann gehen wir hier drauf, dann kommt hier unsere Einstellungen und wir sehen hier elektrische Regeln, Verstösschweregrade und dann gehen wir mal ganz hier runter und wir sehen hier Spice-Modellproblem. Das ist eben dieses Spice-Simulationsprogramm. Ich kann also so eine Schaltung ja hier auch elektrisch simulieren und die wird hier als Fehler mit angegeben und damit erscheint dieser Fehler. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ihr setzt das hier auf Warnung oder wer Spice noch nie benutzt hat und das sehr wahrscheinlich auch nicht brauchen wird, der kann das hier auch auf Ignorieren stellen, dann sollte dieser Fehler nicht mehr auftauchen und ich werde es mal hier auf Ignorieren stellen, sage mal OK und dann machen wir hier nochmal den ERC-Check und wir sehen, damit verschwinden diese Masse oder verschwindet diese Masse der Fehler. Moment, jetzt muss ich das mal hier schließen, jetzt habe ich mich ein bisschen verscrollt. So, mache ich es nochmal auf. Jetzt verschwindet eben hier die ganze Masse der Fehler und das Einzige, was wir jetzt sehen, ist jetzt hier noch ein paar Pins, die nicht verbunden sind. Das war aus dem letzten Video, da hatte ich ja hier einige Widerstände positioniert. Das sind natürlich Fehler, die sollte oder muss man natürlich beheben, aber diese andere Geschichte hier mit dem Spice-Modell, die ist eben raus aus der ganzen Geschichte. Ich schließe das Ganze mal hier unten über Einstellungen, über die Einstellungen kann ich das ebenfalls, halt nicht über diese Einstellung, sondern hier über diese Schaltplaneinstellungen, hier über den Schaltplan an sich einrichten, habe ich hier eben auch nochmal den Verstoß der Schweregrade und da kann ich das hier ebenfalls entsprechend anpassen. Hier, also ich mache nochmal zu, ich zeige es nochmal nicht hier über diese Allgemeineinstellungen, sondern hier über die Schaltplaneinstellungen für die, für den Schaltplan an sich, haben wir hier also den, die Pin-Konflikt-Matrix und hier den Verstoß der Schweregrade und da sehen wir hier das Spice-Modell-Problem und das haben wir ja hier auf Ignorieren gestellt. Wenn ich es jetzt wieder auf Fehler nehmen würde, würden jetzt hier diese Fehler wieder alle auftauchen. Ich lasse das hier gleich mal bei mir auf Ignorieren, einfach aus dem Grund, weil ich auch so gut wie noch nie mit Spice gearbeitet habe. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, entweder hier diesen Rechtsklick machen, Verstoß Schweregrade bearbeiten oder hier über das Bearbeiten der Einstellungen für den Schaltplan. Kommt da rein und dann setzt das einfach auf Ignorieren. Wer mit Spice-Modellen nicht arbeitet, kann das getrost ignorieren. Schönen Abend, wünsche euch was, bis die Tage. Tschüss! Musik